4, 3, 2, 1, los! Also Sie sagen, Sie haben hier im Auge Probleme mit Biobreiz? Ja, also ich habe gestern Chili gemacht und habe mir wahrscheinlich ausgesehen, ich habe mir ins Auge gepasst. Und seitdem, also ich habe es zehnmal ausgespült, es wird nicht besser. Und mit kalkem Wasser? Mir fällt es auch sehr schwer, generell länger aufzusetzen. Und lassen Sie sich? Können Sie mal gucken? Ja. Also, er riecht jetzt in Ihrem Auge gerade nichts Ungewöhnliches. Wahrscheinlich kann hier jetzt nicht mal eine einfache Reizung, weil der Stilpulver praktisch unter dieser unteren Haut, unter den Augen abgekommen ist. Das heißt, das ist quasi in meinem Körper drin. Genau. Und was mache ich jetzt? Am besten gehen Sie zu einem Spezialarzt. Ich kann Ihnen gerne eine Überweisung geben. Das einzige Problem ist, der nächste Spezialarzt für solche Fälle sitzt in Basel. Und wie ist das mit dem Termin? Weil ich würde schon sehr gerne bei... Ja, wissen Sie, seit drei Wochen spielt er immer Pirat. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ahoi! Wie heißt ihr, was ich meine? Wir haben sich auch erst seit ungefähr diesen drei Wochen so geändert und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe gesehen ein Einstellungsereignis zu diesem Zeitpunkt. Ich darf schon zwei jocken. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mich nicht wirklich erinnern. Ahoi! Ich weiß nicht, was ihr mit einer körperlichen Fehlfunktion zu tun hat, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was man da machen kann. Schatz, jetzt hör doch mal auf. Setz dich doch noch mal hin. Also, ich habe gedacht, ich kann mir da helfen. Schatz! Ja, komm mal her! Komm her! Jaaa! Jaaa! Das ist das schönste Weihnachten seit langem. Das haben wir uns fast gedacht. Jochen, komm mal her! Jaaa! Jaaa! Ach, wir werden schon so lange mit Freunden machen können. Ja, 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 ja! Ich glaube, das werden beste Freunde bestimmt. Nein! 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 Ja, komm! Komm! Das weiße Sofa! Mit den Problemen habe ich noch gar nicht gerechnet. Ich weiß doch nicht so gut, ein Kopfzweifel und Beweichung zu nehmen. So ein Jugendhund vor allem. Jaaa! 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 Ähm... Was... 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 was ist das? Ähm, ich bin übel für den nächsten Wettkampf. Hast du es noch nicht gehört? Raffi? Jaaa! 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 Das geht aber immer so im Bild zu. Ich muss ehrlich sagen, wir haben mir da immer so Sorgen. Jaaa! Wir machen es vielleicht mal ein bisschen langsam. Also, vielleicht geht es mit weniger Körperkontakt. Das geht nicht langsam, das ist ein Spiel. Und es ist langweilig ohne Körperkontakt. Jaaa! Wir können ja auch zum Ballett gehen. Jaaa! Jaaa! Wir spielen Rugby. Oder Regeln! Jaaa! Jaaa! Ja, was fällt ihr euch denn ein? Warum liegt ihr nicht beide auf den Boden? Legt euch wieder hin! Julia und Klaus legt euch wieder hin. Ihr habt doch extra einen Vertrag mit der Werbefirma gemacht. Gewalt geht auch mit! Mit Gewalt. Das ist ein Werbespot. Gewalt geht auch mit Gewalt. Die Kräfte kämpfen! Muss von hinten die Gaspistole kommen und drauf kommen! Gewalt ist eine Lösung! Und jetzt schauen wir uns doch mal das neue Anti-Schuppen-Schampo an. Man sieht wirklich keinerlei Schuppen. Was haben wir dazu? Jetzt haben wir diese zwei Probanden. Ich seh keine Schuppen mehr. Oh! Das sind keine Schuppen mehr da. Junge, wie neu geboren. Darf ich nochmal? Dann bin ich froh, dass ich diese auch einbeigetreten bin. Aber nur das eine Mal. Das ist so riesig. Und weitermacht. Na, seid ihr alle schon aufgewärmt? So, morgen ist die Aufführung. Habt ihr die Choreografie drauf? Passt. Was? Kommen wir irgendwie das nochmal an. Hier. Duramiden-Formation. Die Mädels gehen in die Mitte. Die Jungs nach hinten. Und ich steh nochmal vorne, damit wir das nochmal wiederholen. Ich mach die Musik an. Und dann geht's einfach los, ja? Okay. Die Jungs nach hinten Ja, dann sind wir viel Schönes dabei. Zum Glück steht ihr hinten. Ja. Aber wir haben total synchron mitgemacht. Ja, also wir proben uns noch mal alleine, dann komm ich noch mal und dann schauen wir, wie es gelaufen ist, ja? Der Binde war da. Wow! Meine Habe! Da haben wir kleine Habe! Wow! Unglaublich! Junge, Junge. Aber hier ist noch was... Hast du eine Schuppe gefunden? Das ist Sport! Eine Schuppe! Go! Ich muss tuchen! Jawohl! Und dann musst du eben so richtig auf einen reingehen. Stopp, 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 stopp! Wir müssen das natürlich in Zeitung machen. Also das Geld ist ja schön, aber ich möchte das mit meinem Opa eigentlich nicht machen. Ja, gut. Das geht schon auf die Knochen, Junge. Okay, dann suche ich mir ein anderes Ensemble, zu dem wir diesen Werbespot machen wollen. So, tschüss! Ach Mensch, das ist viel zu gefährlich. Ich bin wirklich dagegen... Nein, das müssen wir mehr üben. Das geht doch nur nach hinten los. Also, es sieht ein bisschen aus wie Ballett. So akkursiv halt nur. Stimmt, wenn wir das einfach aus der Perspektive sehen... Ja! Ich schaue mal von der anderen Seite. So... Stimmt, das könnte ausdruckstanzel sein. Wenn man mal die Helme eignet... Die Helme muss man sich wegdenken. Könnt ihr die Helme mal ausziehen? Guck mal, komm her! Danke, dann bring ich mal den Gutscher. Mensch! Jetzt tanzt du sogar schon mit deinem Hund? Wie schnell er lernt! Vielleicht war das doch eine gute Idee. Guck mal, wie glücklich er ist! Jochen, Jochen, komm her! Nein! Nein! So nicht! So nicht! Jetzt ist er weg! Also, Piratentum ist ja... Wow! Ach nein! Kann man schnell gehen? Ich weiß nicht, soll man auf das Spiel einsteigen? Oder nicht? Ich... Die sind der Experte! Ich hatte noch nie einen solchen Fall ergriffen! Ja! Es gibt ja viele ungewöhnliche Verhaltens... Spürungen... Aber... Ja? Spielen! Ich glaube, ich muss mich da selbst nochmal zu überlesen. Würden Sie vielleicht einen Moment um die Acht geben? Ja! 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 Nee, es geht nicht! Ähm... Und wie ist das jetzt mit dem Termin? Vermutlich dauert es ungefähr zwei Monate, wenn ich eine Überweisung gebe. Sicher? Ich bin ein Pfarrpatient! Ja! Ich bin vielleicht zwei Tage früher, aber... Wäre in zwei Tagen möglich? Es wird schwer! Die Sache ist, es gibt viele Privatpatienten in der Klinik, weil alle anderen sich die Behandlung sowieso nicht leisten können. Das macht Sinn. Sie können jetzt nichts machen. Ich könnte Ihnen ein Schmerzmittel verschreien. Das ist vielleicht besser. Vielleicht... Es drehen die ganze Zeit... Es ist so keine langfristige Lösung, aber ich kann gleich mal das Rezept holen. Oh nein, nein! Oh nein, nein! Markella! انne! Anna! O! O! Inher? Jaha! Poude! Poude! Paulina! Adler! Tata! Die! Danke! Vielen Dank!